Der Start gewinnt aber nicht der Händler, der ist nämlich nur dritter. Achtung, was ist denn hier los? Mensch, die Mörs, die fahren normalerweise in einer ganz anderen Liga, das sollten wir hier nicht erkennen. Also da ist es Lukas Weikel, der den Start gewonnen hat, das ist mal super. Und dahinter ist Damien Strieghoff. Und den Start. Der Start gewinnt schon wieder in der Falle, das ist normal, wir haben das neu, wir sind hier ab. Die ist also auch noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Und da sieht man ja auch hier die unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Wer kriegt es mit ihren Abländern? Und da sitzt man stark, ich kann uns Angst machen. Das ist der Runde, der Rudi Sandgestopfer, der hört das allererstes Autos zu sein. Und da ist es absolut, dass man sonst Angst macht. Auf der Kumpel jüngst Sex, die Mörs. denn der ist auch völlig durchgefreit schießt gar nicht in die Relle, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht Wahnsinn So, gut, das war nur so gut vorne und hat geliefert auch für uns, äh Ok So, gut ...wann sie? ...wann sie? ...wann sie? ...wann sie? ...wann sie? ...und wir bieten alle ab in die Hölle hier als ... ...und wir haben schon das. ...wann sie? ...oh meinst der den ganzen Hut? ...aber er hat in dem was wir ... ...wann sie nicht mehr? ...und wir sind vor. ...und jetzt ist es ein Fluchtoffel. ...und das ist eine Fluchtoffel. ... also Lukas, heute kommt ... ...schotten wir auf die Recken правend. ...ohhh... ...die ist zum Einmal tief. ...also die zucklenn einmal selbst. Die haben uns jetzt gehaftet, dann bieten sie rechts ab in die Hölle. ...vollfühlaut, was die uns gefällt. ... So, und jetzt geht es noch mal wieder. Ja, jetzt kommt es noch mal wieder. Das ist noch mal wieder. Das ist noch mal wieder. Das ist noch mal wieder. Und das ist ja die Fehler. Stimmig, wo kann das zum Schluss? Das ist noch mal wieder. Also, ich kann das jetzt auch wieder. Der fährt sein allererstes Ruhmeln hier. Bestand so nach einem Platz, Beziehung und Funktion. So, und da ist es passiert. Lohnkasten. Und da hängt der Weg aus, dass er nicht gut gesagt hat. In Niemann. Und spielt das Pferd aus, die zweite Position. Und jetzt spielen das Müller hinter sich. Das gibt es nicht. Also, da ist aber jetzt geht es auch mal gesagt. Wahnsinn. Also, diesen Ziel einlaufen und den wird es nicht vorhergesucht. Der Mann, der Führer ist jetzt. Oh, krönig angstgefreit. Glaube ich, dass er als Brütter ins Loch in die Hölle gefahren ist. Ja, das hat ihm eben nicht gepasst, dass er da soweit nach hinten musste. Der Junge, die Lukas Kreisern, mit der Starten machen. So, Lauferegut. Auf der Stelle, dass wir jetzt noch läuft, der höchste Fußball, 158, Amy Weiß, die mit geliehenem Motor, ich glaube, von Petscheltien, jetzt hier unterwegs ist und Sarah Petschel, die fährt dahinter her. Ja, man hilft sich hier im Autobotssport und das wollen wir uns auf die Mitte behalten. Ja, wir sind jetzt schon im Verein, wir sind in Wiespferd aktiv, fährt dort 24 Stunden Rennen von Spar und was weiß ich alles, was man da so fahren kann. Und ist dort in einem Racing Team dabei, wo das dann ist, wo wir sie machen. So, du bist da. Ja, das ist schon mal. Ja, wir sind hier in R uneven, oder? Ja, wir sind nachher Amortien im Rücken. Und hier sind jetzt gerade schon flammend noch, also das ist eine Milvektour-Cherzelle. Ja, wir sind hier in Rücken. Ja, wir sind hier, in Rücken. Und als es dann anfängt, sind sie alle schön langsam abgebogen in die Hölle. Heute sieht das schon ganz anders aus. Oh, der nächste hat einen kleinen Fehler, nehmann. Ich glaube, der Streisert hat sich auch ein bisschen mehr als der Streisert, gar nicht genau. Ich glaube, das ist wieder einmal. Da ist die Salma Brütschuhe, rückgegangen, und die Steppenbrütschuhe, rückgegangen hinterher. Man sagt, es ist gelb, oder nicht? Ja, scheint alles rückgegangen zu sagen. So, es haben wir übrigens einen Satz geschafft. Und wir werden uns jetzt zur Grabe über das Ziel. Das ist der einzige Schlüssel, der auf die 3-4.